Willkommen beim Nespresso Assistance Video mit Bedienhinweisen für Ihre Lattissima Premium Maschine. Um stetig die perfekte Tasse Kaffee zu erhalten, empfehlen wir das Einhalten einiger einfacher Anweisungen. Folgen Sie den Anweisungen des Pixi Modells, die identisch zu Ihrem Lattissima Premium Modell sind. Die Wasserqualität ist essentiell für ein optimales Aroma Ihres Espresso. Befüllen Sie den Wassertank täglich mit frischem, klarem Wasser. Benutzte Nespresso-Kapseln müssen nach jedem Brühvorgang ausgeworfen werden. Belassen Sie keine Kapsel im Extraktionssystem. Wir empfehlen das regelmäßige Leeren des Kapselbehälters und der Restwasserschale, um ein Überlaufen zu vermeiden. Spülen Sie ohne eingelegte Kapsel nach jedem Brühvorgang das System mit klarem Wasser, um Kaffeerückstände im Wasserkreislauf zu vermeiden. Für die optimale Temperatur und Qualität Ihres Espresso muss die Maschine regelmäßig entkalkt werden. Wir raten von der Verwendung von Essig ab, da die Anschlüsse Ihrer Maschine beschädigt werden können. Wir empfehlen die Nespresso-Entkalkungslösung, die sich ideal zur Entkalkung Ihrer Maschine eignet. Absolut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020